Wer Netzwerken liebt, den wird die 100 hoch 3 begeistern. Das Lizenzsystem hat sich nämlich genau hierauf spezialisiert. Das Lizenzsystem ist ein digitaler B2B-Dienstleister, der lokale Unternehmen miteinander vernetzt. Es gibt ein digitales Kundenkartensystem, das diverse Vorteile bereithält. Für dieses Konzept sucht die 100 hoch 3 nun Lizenzpartner, die jeweils vor Ort die Mitgliedergewinnung und Koordination betreuen. Der Start mit diesem Lizenzkonzept ist auch nebenberuflich aus dem Homeoffice möglich. Es wird weder eine Einstiegsgebühr noch laufende Lizenzgebühren erhoben. Allen Lizenzpartnern steht zudem ein innovatives Portal mit tollen Tools zur Verfügung. Wer mehr über das Lizenzkonzept von 100 hoch 3 erfahren möchte, kann einfach hier klicken. Wer mehr über das Lizenzkonzept von 100 hoch 3 Wer mehr über das Lizenzkonzept von 100 hoch 3